ich denke im letzten video war es ganz deutlich dass ich komplett begeistert war hier von dem double speedwax ist ein absolutes topwachs ist schon für mich von 0 auf 100 aufgestiegen ja es hat mich absolut begeistert im letzten video von daher dachte ich mir in diesem video werden wir mal das andere topwachs von soft 99 dagegen antreten lassen das fuso code und hier haben wir einmal eine standzeit von sechs monaten und von zwölf monaten und von daher würde ich sagen testen wir beide wachse mal gleichzeitig hier auf der heckklappe von meinem audi a5 und schauen uns mal an was die einzelnen wachse so gegeneinander drauf haben die linke klappe der heckklappe wird jetzt das speed das double speedwax bekommen und die rechte hälfte dann das fuso code und ich werde hier auch versuchen die mitte einzuhalten und wie im letzten video auch werde ich hier das double speedwax im kreuzstrich auftragen und das gleiche mache ich dann auch mit dem fuso code ich nehme euch mal ein bisschen mit auf die linke seite der heckklappe also für alle die das letzte video nicht gesehen haben ich war absolut angetan von den double speedwax hier dass das neue ja ich nenne es immer topfax aber das ist es auch für mich es hat mich so was von überzeugt also das beating cheating verhalten war so extrem auf dem autolack dass ich ja auch aus dem schwärmen nicht mehr rausgekommen bin von daher schauen wir uns mal an was das fuso code dagegen so anrichten kann und das double speedwax jetzt hier links aufgetragen jetzt machen wir rechts weg weiter für alle die das fuso code nicht kennen das sieht so aus in so einem ja mit grünen farbe würde ich mal sagen ist auch ein richtig gutes wachs aber hier gibt es deutliche unterschiede die ich euch gleich noch darstellen werde und auch das fuso code tragen wir jetzt im kreuzstrich auf und von beiden wachsen braucht ja absolut nicht viel also die sind beide sehr sparsam in der anwendung und so eine dose ich weiß es nicht also ich glaube wenn ihr nur euer privates fahrzeug mit so einer dose die 200 gramm hat ja einarbeitet dann reicht die ein halbes leben oder hat das ganze leben ja also sind wirklich sehr gute wachse die sehr sparsam aufzutragen sind und von dem braucht man absolut nicht viel und sowohl das fuso code als auch das double speedwax werden jetzt circa ja ich sag mal zehn minuten ablüften dann machen wir gleich den strich test und wenn alles okay ist dann tragen wir beide seiten mit dem mikrofasertuch ab abtragen der beiden wachse werde ich jetzt ein doppelseitiges langfloriges mikrofasertuch bekommen ich werde dieses tuch benutzen oder dieses mikrofasertuch damit beide wachse die gleichen voraussetzungen bekommen was das abtragen das auspolieren angeht somit wenn wir eine seite für das double speedwax benutzen und die blaue seite dann für das fuso code und bevor wir beide auspolieren schauen wir uns mal an wie der fingerwichttest ist ja jeder speedwax ist schon sehr gut abgelüftet und mit einem neuen finger jetzt beim fuso code das sieht ebenfalls gut aus von daher werde ich jetzt mit dem speedwax beginn und überschüsse abtragen das ist mir auch schon im letzten video aufgefallen also beim speedwax geht das ganz ganz leicht mit dem abtragen also die seite ist jetzt schon hier sauber auf der linken heckklappe das geht auf jeden fall ganz ganz leicht da braucht ihr mehr oder weniger nur hin und her zu wischen und schon habt ihr die überschüsse im mikrofasertuch da schaut euch das an ganz ganz leicht und wenn ich jetzt zum fuso code rüber gehen da mache ich jetzt mit der blauen seite weiter und schauen wir uns das mal an also wenn ich jetzt hier hin und her wische also das geht auch relativ leicht weg aber ich muss an einigen stellen ein bisschen mehr druck aufwenden vor allem hier in der rechten ecke da hatte ich gerade so ein bisschen zu viel drauf getan von dem wachs deswegen musste ich hier ein bisschen mehr druck aufwenden aber nichts desto trotz lässt sich auch das gut abtragen und ich würde sagen im nächsten schritt schauen wir uns jetzt mal an ob wir dann unterschied erkennen können was das beading sheeding verhalten angeht so meine sprühflasche ist bereit ich würde sagen wir schauen uns jetzt an was beide wachse so im duel gegeneinander so drauf haben hier unten an den audi ring könnt ihr euch orientieren die mitte war ungefähr hier links hat man das speedwax und rechts das fuso code und wenn ich jetzt hier rechts drauf sprühe das fuso code ja was muss man dazu sagen ganz ganz stark schaut euch mal die perlen an aber so kennen wir ja auch das fuso code absolutes hochwertiges wachs gefällt mir sehr sehr gut und wenn wir jetzt links beim speedwax mal drauf sprühen haben wir genau das gleiche bild schaut euch mal an wie schnell sich die perlen hier bilden die wasserperlen und dann laufen die auch relativ schnell runter also genauso wie es sein muss ja also form von der perlen bildung ist absolut kein unterschied vielleicht geht er aber irgendwas erkennen also ich sehe auf jeden fall nichts beide absolut gleichwertig und ihr könnt ihr es auch mal schön sehen wie jetzt nach und nach die perlen weiter runter ziehen und haben fuß so gut genau das gleiche und gleich hier oben wenn die nächsten wieder abgehen also ist der absolute wahnsinn also was diese wachse drauf haben da bin ich immer wieder von begeistert und wenn wir jetzt hier mal das wasserablauf verhalten testen ja sowohl rechts als auch links also da ist kein unterschied da schaut euch das an wenn ich jetzt mittig drauf lege oder relativ gleichmäßig drüber ziehe dann sind beide seiten komplett gleichzeitig abgelaufen ja ja also beide wachse komplett gleichwertig vom beading sheeding verhalten gefallen mir sehr sehr gut hier ist jetzt die frage also es kommt immer stark darauf an was ihr erreichen wollt beide wachse kann ich euch so wie sie hier jetzt aufgetragen worden sind und so wie ich sie kenne komplett empfehlen das double speedwax ist für mich ja vielleicht sogar an erster stelle es hat folgende vorteile es lässt sich sehr leicht auftragen und auch wieder auspolieren und ihr habt keine wolkenbildung also falls ihr mal an irgendeiner stelle ein bisschen zu viel wachs auftragen solltet bilden sich nicht so schnell wolken auf eurem lack beziehungsweise gar keine also ich konnte da keine feststellen das sind die vorteile von den double speedwax und es hat eine standzeit von sechs monaten also ein halbes jahr was auch absolut hochwertig ist beim fußdruck dagegen ja das auftragen ist auch relativ leicht aber beim abtragen gibt es oft schwierigkeiten eben da rechts in der ecke musste ich auch schon ja ein bisschen mehr druck aufwenden damit ich auch die überschüsse abbekomme und wenn ihr dann so das ganze auto mit dem fußdruck wachst dann kann es schon sein dass ihr wenn ihr jetzt nicht unbedingt sportlich seid schon ein bisschen ja eure konditionskräfte gelangt ist auf jeden fall ein bisschen aufwendiger hier das fußdruck nichtsdestotrotz das fußdruck hält ein jahr also wir haben hier einmal ein halbes jahr und ein ganzes jahr was die standzeit angeht dann müsst ihr auf jeden fall selbst entscheiden was euch besser passt ich bin von beiden absolut überzeugt und begeistert ich benutze beide für die fahrzeuge die ich immer aufbereite oder wachse und momentan führt bei mir dieses double speedwax weil das so ja so newcomer ist aus england der alle überzeugt von daher verwende ich beide wachse im tausch wie lustig bin wie wonach ich gerade lust habe ihr könnt auch mal gerne in die kommentare unten schreiben unten in die kommentare mal bitte schreiben welches wachs ihr bevorzugt ich kann mich auf jeden fall nicht entscheiden schreibt eure meinung gerne in die kommentare dann können wir gerne mal darüber schreiben und ja bei beiden wachsen seid ihr auf jeden fall an der richtigen stelle ihr auf jeden fall